Okay. Westwindwald. Okay. Stillhalten. Okay, wenn wir jetzt hier... Die Reiter müssen jetzt hier... Drei... Fährte... Von Bären und Bienen. Ja, komm. Wir machen die Quests hier nochmal. Schnell. So, Westwindwald. Was brauchen wir hier eigentlich? Was müssen wir hier tun? Sanftmütige Ziege. Au. Du Kackviech. Das ist der Dank. Blöken. So, und einen Haufen Zottelpelze müssen wir umbringen. Ich bin außer Reichweite. So, hier. Oh, da drinnen in der Höhle wären auch noch welche gewesen. Zottelpelze. Das ist die Ziegen. Ähm. Warte mal. Was ist das? Okay. Honig auch. Autsch. Oh Mann. War mir irgendwie klar, dass jetzt der Zottelpelz noch dazu kommt. Irgendwie wusste ich das. Wenn irgendwas hier mit Bären und Honig und so, ne? Ei, ei, ei. Okay. Okay, der schläft. Oh Mann. so schere ich mal die ziege hier drei stück noch ja genau noch die ziege die können wir gleich mitnehmen sonst außer den bienenkorb haben wir hier keinen mehr oder bienenstock meine ich hier auch nicht rasiert aber wieso mache ich eigentlich saad der verderbnis auf ein einzelnes ziel manchmal erschließt sich meine logik mir selbst nicht naja ah gärtner den nehmen wir auf jeden fall auch noch mit vorlage noch nicht gelernt aber jetzt na dann mal los oder ansturm ich habe irgendwie das gefühl dass agonie schneller abläuft jetzt oh was haben wir denn hier 28 platz oh ich mal ganz kurz hier ein bisschen umräumen ähm nur noch das hier oder ne die beiden sind auch noch betroffen die kommen noch eins höher ich sollte vielleicht mal schnell aus der höhle hier raus falls ich der falls der wieder kommt wieder respawnt kleine schatztruhe kleine schatztruhe so eine ziege noch haut ab sehr schön der hilflose müssen wir die wenn wir diesen nur diesen roa töten müssen dann ok ok so dann haben wir das ja auch gleich mal kurz interveniert sag ich mal als keine große sache und gegen die hornisse müssen wir auch vorgehen ich nehme zuerst mal die hier vor mal gucken wie gut ich die alleine down krieg so heilen wir ihn nochmal kurz und los ok weiter die lebenslinie der der blutsauger hauht so rein wenn der schon auf wieviel waren das jetzt 63 gestackt ist Haut echt rein. So, die Singularität noch dazu. Easy peasy. Lemon squeezy. Eine Quest für drei. Ich glaube, ich spinne. Eine Gruppenquest. Nein, nein, nein. Nicht mit diesem Hexenmeister. Nicht mit diesem Hexenmeister. So, Zottelpelze. Kommt mal her. Bin, glaube ich, ein bisschen übermütig geworden gerade. Was ist hier? Ah, nee, der ist irgendwo. Kleine Schatze, der ist irgendwo da unten, oder? Zwerg, was? Okay. Anscheinend hat er eigentlich schon, hat er schon jeden Charakter auf beiden Seiten, Horde und Allianz. Ich glaube, zwölf Charaktere auf Horde und Allianz hat er anscheinend jetzt schon auf 120. Was isch mit dem? Ich bin hier gerade mal beim zweiten. Heute ist der 8. September. Moin, Moin, Moin. Allzeit volle Segel. Ahoy. Ich werde das immer Hungerrede. Och, bitte. Habe ich irgendwie noch Goblin-Gleiter oder so? Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Na? Angepunkt werft. Was haben wir denn hier drinnen? Kleine Schatztruhe. Ich diene den Gezeiten. Da fällt mir etwas ein. Wir brauchen euren Segen für die Jagd. Ich, äh, bitte beruhigt euch. Es tut mir leid, Rosalie. Ich würde mal... Aber ihr müsst warten. Heute haben wir mit dringend... Ich würde mal... Hier, in der Mitte, hinter Boralus, würde ich mal ganz tief runtertauchen. Ist nur so ein Tipp. Was wird euch dort erwarten? Das werdet ihr vielleicht erfahren. Oder das werdet ihr mit Sicherheit erfahren. Vielleicht würde es euch sogar freuen. Kleines Gimmick. So. Pergament, was? Ah. Liegt hier oben. Wie? Hai-Alarm. Ah. Mhm. Rosa-Munde. Ach nee, Rosa-Linde. Rosa-Linde. Schenk mir dein Herz und sag ja. Rosa-Linde. Frag doch nicht erst die Mama. Oder so. Glaub ich. Wo ist denn jetzt die Schatztruhe? Ah. Mhm. Hier. Hier. Das ist zu weit entfernt. Das hier nicht. So, haben wir noch irgendwas in der Nähe. Zum Beispiel. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Ja. Okay, jetzt bin ich sehr übermütig geworden. Saat der Verderbnis. Die Saat regelt alles. Gute Ernte haben wir dieses Jahr. Schade. Ein angriffslustiger Kugelfisch. Nee. Schreckensrachen. Ein angriffslustiger Schreckensrachen. Das sind so manchmal so, so Namen, ey. Das ist ein halber Zungenbrecher. Ich muss zuerst etwas anwesenden. Das sind alle heutbar. Da werde ich mich mit meinen Schurken drüber freuen. Oh, da werde ich einiges zu tun haben. Laute ich hier wirklich schneller? Bewegungsgeschwindigkeit auf dem Meeresboden 80%. Laufe ich jetzt schneller oder bin ich schneller mit dem Reiten? So, okay. Ich glaube, ich laufe schneller. Hier. So, das war das. Das war sogar eine Quest unter Wasser, die mir ganz cool war eigentlich. So, unter Wasser Quests sind ja meistens so. Ah. Ein Kiekerlitzchen. Ein Kiekerlitzchen. Ein Kiekerlitzchen. Ein Kiekerlitzchen. Algencocktail. Ja, ja. Ansteckender Eingeweidewurm. Ekelhaft. 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 Wie heißt der? Jan Klaas Nilsson. Ein Kiekerlitzchen. Und dann wird die Kiekerlitzchen. Ein Kiekerlitzchen. Ein Kiekerlitzchen. Boah. Zwei Stück gleich. Tempo erhöht. Yeah, yeah, yeah. Was war denn hier noch? Hier musste ich doch noch mit jemandem... Ach ja, Inga Friedrich. So, was ist mit denen hier? Aaron, gut hier. Da mache ich mich doch gleich Aaron. Das fand wahrscheinlich nur ich witzig. Ich diene den Gezeiten. Yeah, wohlwollend. Möge der Wind eure... Evakuieren! Krabbelnder Hirnwurm! Hirnwurm! Stille. Oh, nein. Oh, no! Heilung! Heilung! Das ist eine gute Band übrigens. Hirnmoder. Ah! Boah, wie ekelhaft ist das denn? Oh, jetzt kommt hier nur so... So ein Küsten-Ass-Fresser. Küsten-Ass-Fresser. Das ist ein 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 Küsten-Ass-Fresser. Vielen Dank.